Hallo und herzlich Willkommen am Tele-Stammtisch. Hallo und herzlich Willkommen beim Tele-Stammtisch und bei der letzten Folge der WandaVision-Serie, nämlich wir sind hier im Finale. Ich bin nicht allein, ich habe den Patrick bei mir. Servus Patrick. 1-1-0-1-1-0. Okay. Und natürlich ein Gastredner wieder, den René, haben wir heute hier. Servus René. Einen wunderschön. So, die letzte Folge, das Finale. Da bin ich mal gespannt, wie ihr die Folge allgemein fandet. Fangen wir mit unserem Gast an. René, wie fandest du denn diese Folge im Allgemein? Wie hat sie dir gefallen? Mach es kurz und schmerzlos. Eigentlich hat sie mir relativ gut gefallen, aber... Okay, das Aber führen wir dann wahrscheinlich später bei der Erlegung von der Folge fort. Genau. Okay. Patrick, was sagst du? Ich fand sie okay, habe aber auch ein sehr, sehr dickes Aber. Ja. Tatsächlich enden wir wahrscheinlich alle drei heute mit einem Aber, denn ich fand sie ziemlich actionreich. Also actionreicher als die Folgen, wo wir davor alle gesehen haben. Also war schon viel Action diesmal. Und sie war gut, aber... Ich erkenne ein Muster. Okay. Gut, dann... Aber? Dann fangen wir mal an. Genau. Die Folge fängt an, wie wir es schon kennen, mit dem Previous On. Was bisher passiert ist. Eigentlich sehen wir nur noch im Previous On so die letzten drei Folgen zusammengeschnitten. Also von dieser Sitcom sehen wir gar nichts mehr. Und geht dann weiter genau da, wo die achte Folge aufgehört hat. Nämlich auf der Straße vor dem Haus, als Agatha, oder man sieht Agatha, wie sie die zwei Kinder im, wie sagt man, im Würgegriff, im, wie sagt man denn, so Leinen am Hals haben. Im Würgegriff, ja. Ja, und da fangen sie dann halt an, gegen Ansa zu kämpfen. Also erst schickt Wanda noch die zwei Kids ins Haus. Sie sollen in ihr Zimmer gehen, dass die halt dann nichts mitbekommen vom Kampf. Und Wanda fängt halt dann gleich an, mit ihren roten Kugeln auf Agatha zu schießen. Wo Agatha das ziemlich, wie sagt man so, empfänglich oder freudig empfängt, weil sie nämlich diese Energie absorbiert. Und sie sagt ja dann noch, Unwürdigen ihre Macht zu entreißen. Das ist ihr Ding. Das ist eben ihr Ding. Die hat schon fast so ein bisschen an den masochistischen Patienten von der kleinen Horrorladen erinnert, der sich auch immer gefreut hat, wenn ihm Schmerzen zugefügt werden. Ja, tatsächlich. Ja, ja, ja. Ja, jeder hat so seine Vorlieben, ne. Aber Agatha fängt dann auf einmal an, irgendwie einen Deal vorzuschlagen. Ich dachte schon, warum fängt sie jetzt an, hier mit ihr zu dealen? Sie soll doch einfach die Energie absorbieren und Gutes. Aber das ist wieder so ein typisches Bösewicht, will noch irgendwie einen Monolog führen oder so, hatte ich das Gefühl. Irgendwas Cooles muss da noch passieren. Ja, genau. Das ist halt so dieses typisch der Bösewicht, will so clever wirken und so Zuckerbrot und Peitsche machen. Richtig. Sie schlägt jedenfalls Wanda vor, dass sie ihr die Macht überlassen soll und dafür kann sie halt den Ort so behalten, wie er ist. Also praktisch mit allem, was sie schon errichtet hat, kann sie da bleiben, aber sie will halt die Kraft von Wanda. Und Wanda macht währenddessen hinterlinks oder so hinterhältig, schleudert sie der Agatha halt ein Auto in den Rücken. Kann man das so sagen? Ja, ja. In den Rücken, ja. Wir wissen ja, es ist gerade Fifty Shades of Agatha, die freut sich drüber und lacht noch. Richtig. Und das Auto mit Agatha schleudert halt in das Haus. Ich weiß gar nicht, ist das Wanda's Haus oder ist das das Nachbarhaus? Ja, das ist ihr Haus. Wanda's Haus. Und das mit dem Auto hat so ein bisschen eine Zauberer von Ossian, wo dann von der bösen Hexe da noch die Stiefel dann unter dem Auto waren. Das dachte ich tatsächlich auch. Sie ist verschwunden, aber die Stiefel liegen noch. Seien wir mal ehrlich, jeder, der da denkt, dass Agatha schon tot ist, der kennt das MCU nicht. Das ist wohl wahr. Genau, und während Wanda das Auto untersucht und immer noch nach Agatha sucht, erscheint im Hintergrund der weiße Vision. Der West Coast Avenger. Der West Coast Avenger, genau. Und was ich komisch fand, ist, dass Wanda das gar nicht in Frage stellt, warum er jetzt auf einmal farblos ist, also warum er weiß ist. Sie fragt nur, Vision, bist du das? Ja, aber mehr kommt auch nicht von ihr. Das fand ich ein bisschen komisch. Vielleicht denkt sie ja dadurch, dass er, wie jetzt, das Hexagon, das Hex, so hieß es. Das Hex, genau. Vielleicht dachte sie, weil er aus dem Hex raus ist, dass ihm das irgendwie, das mag jetzt dumm klingen, aber ich glaube, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Farbe. Dass ihm das die Farbe irgendwie entzogen hat. Sie hat ihn schon mehrfach farblos gesehen. Stimmt, und da wurde ihnen immer wieder anscheinend ein bisschen Lebensenergie entzogen, wenn er ein bisschen farblos war. Jedenfalls nimmt der weiße Vision dann mit seiner Hand, geht er ihr ins Gesicht und sie schmiegt sich halt dann auch gleich an die Hand. Also schon eine liebliche Geste. Und in dem Moment, wo er die zweite Hand dazu nimmt, dachte ich schon, okay. Das kann nicht gut gehen. Ich weiß, was da jetzt kommt. Und genau das kommt damit. Jetzt ist der Trick, bevor er ihr den Schädel zermatschen kann, kommt natürlich unser Vision und rammt ihn weg. Ich finde noch den Satz, wo der weiße Vision zu ihr sagt, mir sagte man, du wärst mächtig. Aber ja, der Vision, also der farbliche Vision, das ist in der Folge jetzt ziemlich schwer. Wir müssen zwischen weißen Vision und farbigen Vision unterscheiden. Wir können ihn auch White Walker und Vision nennen. White Walker und Vision, das ist auch gut. Genau, jedenfalls kommt Vision und rettet sie mehr oder weniger vor dem White Walker und schleudert ihn halt fort. Und da gibt es schon die erste große Explosion. Und das ist schon der Punkt, wo ich vorhin gemeint habe, es war sehr actionreich diesmal, weil das waren jetzt die ersten, was waren das, vier Minuten, fünf Minuten? Ja, also passiert da schon ziemlich viel. Und dann gibt es einen kurzen Schnitt, wir sehen, dass in einem Haus, das in der näheren Umgebung ist, dass da Monica Rambeau von Fake Pietro noch gefangen gehalten wird und sich anscheinend gar nicht verständigen kann. Ja, das ist schon eigentlich fast eine Szene weiter. Weil eigentlich will sich ja Wanda noch ein bisschen erklären. Ach so, ja stimmt, dann kommt noch mal die böse Hexe. Ja, genau, Wanda will sich noch ein bisschen erklären, entschuldigen und dann kommt ja noch Agatha und fragt, oh, das ist jetzt aber eine blöde Situation zwischen deinem Ex und deinem neuen Freund. Und Wanda ermutigt ja dann letztendlich Vision damit, dass er sieht, sie ihm sagt, Vision, das ist unser Zuhause. Und Vision sagt auch, Wind, dann lass uns dafür kämpfen. Dann beginnt der Kampf und dann zoomt es in dieses Haus, wie du schon gesagt hast, rein, wo Rambeau halt gegen das Fenster klopft. Ja, ziemlich guter Helden-Einstand, direkt nach der ersten Schlägerei gefangen nehmen lassen. Kann man mal machen. Ja, ja. Richtig, aber die Szene ist jetzt eigentlich nicht so groß. Oder überwältigend, man sieht halt nur Rambeau, wie sie gefangen ist. Aber das ist schon mal der erste Vorgeschmack auf die vielen Schnitte, die wir in dieser Folge boten kriegen. Richtig, das sind nämlich extrem viele Schnitte. Ja, in der Szene sieht man nicht viel. Rambeau will dann natürlich das Zimmer verlassen und Pietroff schnippst sie nur so weg, so mit einem, ja, wie du den Fingerschnippst, so tschick und dann fliegt sie zurück. Und dann ist die Szene auch schon vorbei. Also wirklich viel gesehen hat man in der Szene nicht. Ja, das hätte man echt smarter lösen können, dass man vielleicht in der Szene mal drei, vier Minuten atmen lässt, bevor man zum nächsten Schnitt ansetzt. Nö, bam, 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 bam. Ja. Wir wollen ein bisschen Dynamik vortäuschen. Tatsächlich, ja. Ich finde, man hätte auch die zwei Szenen, wo es sich in diesem Raum abspielen, einfach zusammenlassen können. Ja. Ja. Man müsste dem Ganzen nochmal ein bisschen mehr Tiefe verliehen, finde ich. Ja, weil... Ich denke Tiefe, aber so ein bisschen mehr Konzentration. Ja, genau. Deswegen fand ich den Schnitt irgendwie komisch. Naja. Die Serie ist eh so ein Fest für hyperaktive Kinder mit Aufmerksamkeitsdefizit. Oh, da. Oh, da. Oh, da. Ja, ja. Richtig. Es fühlt sich schon so an wie die... Mein Onkel hat das mal gesagt, er ist Musiker gewesen und er hat das immer so schön analysieren können. Er hat gesagt, das ist so ein richtiges Music-Videoschnittsystem, weil man sieht in so einem Musikvideo alle Sekunden... Schöner Vergleich, ja. Ja, genau. Nächste Szene ist Kampf Vision gegen den weißen Wanderer. In der Luft. In der Luft, ja. Und Vision möchte es eigentlich friedlich klären. Er sagt ja noch, können wir das nicht friedlich klären. Und White Vision sagt, er muss Wander neutralisieren und Vision halt zerstören. Und da ist mir was aufgefallen und das fand ich komisch, wo ich mir nämlich gedacht hatte, warum kommt Vision jetzt erst auf die Idee und ist das nicht schon bei Thanos damals auf diese Idee gekommen? Und zwar greift ja der weiße Vision nach dem Stein in seiner Stirn und will ihn rausreißen. Und er neutralisiert sich, äh, nicht neutralisiert sich, sondern Vision hat ja die Fähigkeit, sich durchsichtig zu machen, damit man durch und durch langt. Warum hat er das nicht bei Thanos? Nicht durchsichtig, er ist quasi ein Geist, dann kurz. Ja, genau. Also man kann halt durch und durch fassen, er ist nicht materialisiert. Ja. Warum hat er das nicht bei Thanos? Hat man das für die billige Dramaturgie gebraucht? Man wollte ein paar Leute sterben sehen, anscheinend. Ja, halte ich auch für realistisch. Also es wäre in der Dramaturgie von Infinity War wahrscheinlich einfach zu simpel gewesen. Tatsächlich schon, ja. Auf der anderen Seite denke ich mir auch, vielleicht hatte der Handschuh von Thanos die Macht, ihn gar nicht, sich entmaterialisieren zu lassen. Weißt du, dass er die Macht hatte, dass er seine Kraft nicht einsetzen kann. Kann ja auch sein. Achso, ja. Vielleicht haben die anderen Steine das irgendwie bewirkt. Ja. Neutralisiert, das kann es sein. Am Ende werden wir es nie erfahren. Ja, tatsächlich. Oder er hat nach seinem Tod rausgelernt, oh, so bin ich ja das letzte Mal gestorben, ne, danke. Futsch. Kann auch sein. Aber er hat ja eigentlich keine Erinnerungen vor seinem Tod. Hatten wir ja in der Serie, ganz am Anfang hatten wir irgendwann eine Folge, wo er ja sagt, er kann sich nur an dem Zeitpunkt, wo er in Westview da war, erinnern als davor, nix. Naja. Ich glaube, es war eine zweite, zweite Folge. Aber dann ergibt eine andere Stelle weiter hinten keinen Sinn. Egal. Ich weiß, welche Stelle du meinst, aber ich glaube, das sind eher die Daten, die der weiße Vision gespeichert hat. Aber wir kommen später drauf. Was ich lustig fand, Ende von diesem Kampf zwischen den zwei Wisions ist eine Dreipunkt-Landung von Vision, ne? Ja. Die typische Held-Landung mit dem Superman-artigen Krater dazwischen. Ja, genau. Fand ich aber recht nett. Ja, natürlich. War schon gut anzusehen. Allgemein fand ich die Szene recht nett. Ich finde allgemein, dass die Effekte in den Kämpfen relativ auf einem hohen Niveau waren. Allerdings habe ich in dieser Szene speziell öfters mal, ja, ich weiß nicht, es sah mir ein wenig zu sehr nach Screenscreen aus. Ich weiß nicht, wie ihr das fandet, aber irgendwie, irgendwie da wäre mehr drin gewesen. Das Gefühl hatte ich tatsächlich, als der Original-Vision zu Wanda angeflogen kam am Anfang, wo es so geschwebt über die Straße, da dachte ich, oh, das ist schlechtes Screenscreen. Auch wenn es wahrscheinlich Meckern auf sehr hohem Niveau ist. Und es ist am Ende immer noch eine Serie, aber ich finde... Und es ist aktuell eine der teuersten Serien, die produziert wurden. Und wenn man dann sowas sieht, kann man das durchaus auch mal bemängeln. Also ich meine, ohne jetzt vorweg was nehmen zu wollen, im Verlauf der Folge fand ich es dann wieder auf einem sehr guten Level. Aber in dieser einen Szene ist mir das echt prägnant aufgefallen. Ja, vielleicht liegt es aber auch durch diese schnelle Schnitte, dass das halt stark auffällt. Weil du ja dann schon eine Szene hast, wo man eine reale Person sieht und dann auf einmal einen Computer animierten oder einen im Greenscreen oder so. Das kann es natürlich auch sein, dass einem dann das Künstliche noch mehr auffällt. Ja, richtig. Gut, nächste Szene. Wu kommt gefangen im Lager von Hayward an. Und die zwei fangen ein Gespräch an und diesem Gespräch kristallisiert sich so ein bisschen raus, was Hayward wirklich vorhat. Er möchte praktisch der Wonder das alles anhängen. Er macht auf jeden Fall einen dummen Witz, dass er nicht genug Visionen hat. Er könnte ja ein guter Agent werden. Ja, sehr flach. Ja, komm. Vor allem im Deutschen klingt das nochmal eine Spur platter, weil man da keinen wirklichen Wortwitz hat, sondern dass er einfach nur so echt ein bisschen billig wirkt. In der Szene klaut ja auch Wu das Handy und blöfft dann damit, dass in einer Stunde schon das FBI kommt. Ja, er sagt, in einer Stunde kommen meine Freunde aus Quantico. Genau. Und dann sagt Hayward, ach komm, sie blöffen doch nur. Tue ich das wirklich? Und dann soll er schon abgeführt werden. Richtig. Und dann sieht man schon den nächsten Schnitt wieder, wie Wu im Heuhaufen sitzt und sich entfesselt. Mit einer Büroklammer. Keine Büroklammer, so eine Sicherheitsnadel. Und er ruft dann erst den Typ vom FBI an und fragt, ob einer Stunde da sein kann. Als wenn er sich mit einem Kumpel verabreden will. Er ist ganz stolz auf seine Entfesselungskützler, das wissen wir ja auch aus Ant-Man, dass er so ein bisschen auf diese Zaubertricks stehlt und sich dadurch anscheinend befreit hat. Ja, stimmt. Das war ja im Ant-Man so ein großes Thema zwischen Wu und Dings, ne? Und Scott Lang. Scott Lang, genau, diese Zauberkünste. Dass er so ein bisschen zaubern könne. Genau, und dann ist schon die Szene wieder rum. Wir kommen zur nächsten Szene. Und zwar sehen wir hier Wanda, wie ist sie in der Stadtmitte, sag ich mal. Ich denke mal, das ist so der Marktplatz. Oder ja, Stadtmitte allgemein. Du meinst den Platz mit dem Pavillon. Ja, genau. Und da kommt auch der Postbote vorbeigefahren und sagt, nicht schießen, ich bin nur der Bote. Das ist auch sehr lustig. Aber vier Schnitte in sieben Minuten, vier, fünf Schnitte locker, beachtlich. Ja, das ist ja das, was ich meine. Es ist echt heftig und schnell geschnitten. Also, deswegen habe ich wahrscheinlich auch fünf Seiten hier. Du musst das ja irgendwie sinnig untergliedern. Richtig. Danke, Disney, für die schöne Arbeit. So, und dann bekommt Wanda schon einen Schuss in den Rücken von Agatha. Und Agatha steht oben an der Werbereklame. Ich dachte erst, was wollen die mir jetzt hier was mit der Werbereklame irgendwie sagen. Wollt ihr uns schon wieder eine Botschaft schicken? Aber das wirkt einfach nur wie so eine billige, unfokussierte Werbung. Also wie eine Werbung ohne Wischen. Ja, richtig. Squeaky Schein und so. Und wir haben mittlerweile gelernt, anscheinend ist in jeder Werbung irgendwie eine versteckte Botschaft. Ich habe dann geredet, habe nochmal zurückgespult, habe ich irgendwas verpasst? Ja. Und dann einfach nur gemerkt, dass diese Effekte in Verbindung mit dieser Werbetafel, das fand ich eigentlich sogar noch billiger und künstlicher als diesen Vision-Effekt. Das sah super strange aus. Vor allem dann noch Agatha mit ihren bösen, schwarzen Fingern. Ja, die Fingerspitzen, die schwarzen, ja. Richtig. Ja, das fand ich irgendwie total seltsam. Und das war echt so auf Fifties oder so getrimmt mit diesem, ja klar, sie hat was Schwarzes an sich, sie mutiert zum Bösen. Oh Gott. Genau. Und in der Szene erklärt Agatha auch Wanda das Buch der Verdammten. Und zwar dieses Dark World. Könnt ihr euch noch daran erinnern? Ich weiß nicht, René, warst du dabei, als ich gesagt habe, dieses Buch kam mir bekannt vor? Dieses Buch, in der siebten Folge war das, glaube ich, wo ich gesagt habe, dieses Buch, ich weiß nicht, ich habe das irgendwie schon mal gesehen, das kam mir so bekannt vor. Ich glaube, du warst in der siebten Folge dabei. Ich glaube, ich war bei Folge 6 dabei. Okay, mag sein, ist egal. Aber jedenfalls habe ich halt gesagt, dieses Buch kommt mir bekannt vor und ich konnte damit nichts anfangen und ich habe mir den Kopf zerbrochen und irgendwie bin ich nicht drauf gekommen. Und als Agatha jetzt in der Folge gesagt hat, Darkhold, das Buch der Verdammten, ist es wie ein Blitz ins Hirn geschossen. Weil das Darkhold hat nämlich der Gary Conway erschaffen, 1972. Und Gary Conway war so ein... Bester Mann. Ja, der hat Marvels Horror-Sachen erschaffen, so wie Man-Thing, Werewolf by Night. Blade ist ja auch durch dieses Buch entstanden. Das ist im Prinzip so eine Anlehnung an das Necronomicon von H.P. Lovecraft. Genau. Und da gibt es auch einen Gott, der heißt Kephon. Kephon, ja. Also wirklich alles sehr an Cthulhu angelehnt. Das ist quasi so ein bisschen der Marvel-Aspekt des Cthulhu-Mythos. Nur eben ein bisschen kinderfreundlicher. Genau. Und dieser Elder God, wo du gerade genannt hast, der hat tatsächlich dieses Buch der Verdammten geschrieben. Und auch geschrieben, dass es eine Skalu-Twitch geben wird. Und da ist es mir, wie gesagt, wie Schuppen vor den Augen weggefallen. Und ich dachte noch, ey, das Buch kommt mir so bekannt vor. Vor allem dieses Buch, das haben wir schon mal in einer Variation bei Agents of S.H.I.E.L.D. gesehen. Weswegen ich da auch erst mal abgewunken habe und habe gedacht, das können sie jetzt nicht in zwei Serien noch mal anderweitig benutzen. Deswegen habe ich da auch beim ersten Mal gedacht, nee, nee, ist es nicht. Das ist irgendein anderes, böses, düsteres Buch. Genau. Und da ist dann tatsächlich auch, den habe ich heute Mittag gelesen, den Artikel, dass Kevin Feige damit sagen will, dass dieses Agents of S.H.I.E.L.D. überhaupt nichts mit dem MCU zu tun hat. Dass es zwar Parallelen hat, aber er möchte nicht, dass es zu dem MCU dazugehört. Und das wollte er... Auf einmal nicht mehr. Obwohl wir Agent Cousin dahin verfrachtet haben, obwohl wir Lady Sif da hatten. Ja, natürlich. Ein paar Mal Nick Fury aufgetreten ist, hat es jetzt auf einmal nichts mehr damit zu tun. Genau. Ist wieder sehr inkonsequent. Das ist genau wie bei diesen Netflix-Marvel-Serien, wo dann immer wieder so dieses Massaker von den Helden angeteasert wurde. Aber man nicht das Geld hat oder sonst was, das dann mit einzubeziehen, das wirkt halt echt ziemlich inkonsequent. Ja, er wollte halt damit einfach ein Statement setzen und damit sagen, hier, diese Serie gehört nicht zum MCU. Was ich halt jetzt nach dem einen ein bisschen doof finde. Aber gut. Die Scarlet Witch-Macht übertrifft die des oberen Zauberers, sagt Agatha da noch. Also, dass Scarlet Witch sogar mächtiger ist, wie der mächtigste Zauberer überhaupt, den es gibt. Und das ist halt schon eine gute Info, würde ich mal sagen. Und ja, Agatha ist halt ziemlich neidisch, dass Wanda das kann, ohne jemals was gelernt zu haben, wenn sie sich das anscheinend über die tausend Jahre, die sie lebt, anscheinend mühsam aneignen musste. Ja, richtig. Aber Wanda sagt ja selber noch, sie ist keine Hexe und sie hat ja keine Zauber gewirkt. Sie ist sich ja auch nicht wirklich dessen bewusst, was sie da, ja, ich sag mal, angerichtet hat. Richtig. Und dann durchtrennt Agatha ein paar Fäden von ein paar Marionetten, die dann ein bisschen verwirrt auf sie zustürmen und von ihren Qualen befreit werden wollen. Die wollen eigentlich lieber sterben, als in diesem Wachkoma-artigen Zustand Sitcom-Statisten zu sein. Genau. Da gibt's ja dann zum Beispiel die, ich glaub, es war die Frau von Visions Chef, den man in der ersten Episode gesehen hat. Genau, die Dabra Joe Rupp aus den wilden 70ern. Großartige Serie, der Hinweis muss sein. Ja, klar. Nee, die dann sagt... Habe ich auch gern gesehen. Die dann sagt, wenn du uns nicht freilassen willst, dann lass uns lieber sterben, weil dieses Leben, wie sie es aktuell führen, möchten sie einfach nicht. Und das fand ich... Sie wiederholt sogar diese eine Catchphrase, die sie in der ersten Folge quasi gebracht hat. Dieses, was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Ja. Auch schon quasi wieder in so einer Endlosschleife. Ich muss aber auch sagen, man hat ja jetzt im Verlauf der Serie schon einige Male eine Szene gehabt, wo dann Bewohner von Westview quasi in ihr richtiges Ich wiederkehren. Und ich finde, wenn man die Szenen mal vergleicht, ich finde, irgendwie wirkte es zu fix. Also die Charaktere, wenn sie zurückgekehrt sind, sag ich mal, waren ja erst ein bisschen verstört. Sie hatten Schmerzen und das hat man jetzt gar nicht gesehen. Nee, jetzt waren sie direkt so, oh scheiße, ja. Ich kann jetzt wieder, als wären die die ganze Zeit sich dessen bewusst gewesen, da war nicht mehr dieses, die müssen gerade wieder zurückkommen in ihr eigenes Leben. Die waren jetzt direkt da. Richtig. Das fand ich irgendwie ein bisschen, das hätte man irgendwie ein bisschen smarter lösen können. Welche ich da ziemlich krass fand, ist, man sieht ja diese Blonde, wo in der zweiten Folge diese Chefin von diesem Frauenkreis. Dottie. Wie sie darum bittelt, ihre Tochter doch aus dem Zimmer rauszulassen, dass sie mal wieder rauskommt aus dem Zimmer. Von ihr aus kann es auch die beste Freundin von ihren Söhnen sein oder auch von ihr aus der Raudi. Oder der Prügelknabe. Der Prügelknabe, ja. Aber Hauptsache, sie kommt mal wieder aus ihrem Zimmer raus. Und das fand ich schon echt heftig. Das waren wieder diese klassischen Horror-Anleihen. Ich mochte den Ansatz, er war nur nicht komplett konsequent fertig gesponnen. Das hätte diesen Schockmoment echt so ein bisschen mehr verstärkt, wenn die quasi aus dem Trance erwacht wären. Inklusive den kurzen Limbo, den sie alle hatten. Und das war ja mehrmals in dieser Serie zu sehen. Aber jetzt für die Dramaturgie muss es auf einmal schnell gehen. Ja, richtig. Es war halt so Dawn of the Dead. Tatsächlich, ja. Die Leitfassung ab 12. Gut, die nächste Szene ist dann wieder oben im Dachstuhl von dem Haus oder Dachboden, wo hier Petrov sein Zimmer eingerichtet hat. Fake Petrov. Der Fake Petrov, ja. Und da findet Rambo dann raus, dass der Eigentümer von dem Haus, nämlich der, wo wir für Petrov halten, Ralf Bona ist. Ein ganz normaler Typ. Ja, der Bona. Genau. Bona, ja. Danke, dass ihr uns mit diesen Theorien gefüttert habt für diesen Peniswitz. Danke, Mavic. Wahnsinn. Wo er ja noch so nickt und macht, Bona, genau. Respekt. Also ich dachte auch in dem Moment, ey, ey, es darf doch nicht was sein. Er zieht das so auf, da holt er den Quicksilver aus dem X-Men-Universum. Lass diese ganzen Theorien aufbauen und so. Und dann ist er einfach nur dafür da für so einen schlechten Peniswitz. Und da sind wir. Ihr bauscht den so mysteriös auf. Und dann ist er ein Peniswitz. Danke. Also danke, Mavic, wie ihr mit uns Fans spielt und uns dumm dastehen lässt und noch verarscht. Und das war so einer der vielen Momente, wo ich dachte, ja, super. Da sind wir auch bei einem meiner großen Abers, was ich am Anfang ja angeteased habe. Ich fühle mich im Bezug auf Quicksilver echt verarscht. Nicht nur da, nicht nur da. Also ich meine, ich war ja bei der Folge dabei, wo er das erste Mal aufgetreten ist in der Sendung. Und ich erinnere mich gerne an unsere schönen Theorien, wie du auch schon gesagt hast, Patrick. Und das resultiert in einem, kleine Kinder hört weg, in einem Cock-Joke. Alter, das ist nicht euer Piep-Ernst. Vor allem, wie er dann noch wie so ein Möchtegern-Kung-Fu-Kämpfer dann auf einmal so rumhampelt und dann überwältigt wird. Und der Typ hat Monica Rambeau davor überwältigt und hat sie da in das Gebäude gebracht. Ernsthaft? Also ich weiß nicht, ob Evan Peters die Rolle vorher, ob er das komplette Script für seine Rolle gesehen hat. Aber wenn ich in mehreren Filmen Quicksilver spiele, und er hat es ja auch gerne gemacht, und dann wird er jetzt so verheizt. Also man hat hier so unglaublich viele Möglichkeiten aufgebaut in einer Folge und schmeißt sie jetzt wie ein rohes Ei gegen die Wand. Und das mit Schmackes. Wenn du jetzt gerade ansprichst, Quicksilver verheizt, fand ich das schon bei Dark Phoenix, fand ich ihn ziemlich verheizt. Weil er war eigentlich nur Screentime, zehn Minuten da, hat sich das Bein gebrochen, dann sieht man den gar nicht mehr. Und das fand ich... Aber selbst da hat der Phoenix konsequent seine Rolle gespielt. Ja, also das ist wirklich ein großes Aber in dieser Folge und rückwirkend dann noch auf die Serie. Und also ehrlich, Marvel, das macht man nicht. Vor allem haben sie es ja acht Folgen lang geschafft, dass man jede Woche gedacht hat, fuck, ich will wissen, wie es weitergeht. Ich will wissen, auf was es hinausläuft. Ich will endlich die Auflösung wissen, warum, wieso, weshalb. Und dann werden wir in der neunten Folge so abgefasst. Hätte ich es lieber nicht gewusst. Dann hätten sie uns lieber einen Cliffhanger geben sollen. Nee, vor allem macht man ja damit auch schon wieder ziemlich dieses Multiversum zunichte. Man hätte jetzt echt den geilen Bogen zu den X-Men schlagen können. Ja. Und die Brücke wird auch noch direkt mit einer Dampfhalser abgerissen. Besser hätte man es doch gar nicht machen können. Ganz ehrlich, wir haben ja die Theorie aufgestellt. Wir sehen ja, dass Monika durch diese Sex auch Kräfte bekommt. Das hätte man nicht besser erklären können, warum jetzt auf einmal es Mutanten gibt. Und wie machen sie es? Weg. Das ist total. Wie Thanos, der Schnipzer. Ja, geschnipst weg. Also ich weiß nicht, ob man das Thema vielleicht nochmal aufgreift in so einer Form, aber wenn nicht, dann also. Ja, man greift das Thema in einer Form auf. Es wurde ja fast noch zeitgleich ein Film angekündigt. Der wird Mutants heißen. Also die X-Men sind noch nicht mal weg. Aber man hat sich jetzt die Möglichkeit genommen, das geschickt einzuführen für einen Schwanzwitz. Ja. Ja. Danke. Schade drum, schade drum. Naja. Gut. Jetzt gehen wir gerade zur nächsten Szene. Nee, sie reißt ihm halt noch die Kette weg, die ihn ja kontrolliert hat. Ja, ja. Diese lila Kette. Kleine Perlenkette. Genau. Und dann ist er auch auf einmal wieder nur ein normaler Typ. Ja, genau. Ein normaler Typ. Stimmt. Und ich fand auch da den Übergang irgendwie, da war gar kein Impact drin. Das war einfach nur, oh, sie reißt ihm die Kette ab, oh, er ist normal. Genau. Und das ist ja das, was ich vorhin gemeint hatte. Die zwei Szenen von Rambo hätte man locker zusammengelassen können, dass es wenigstens eine zusammen, eine zusammen Szene ist halt. Dann hätte es ein bisschen mehr Intensivität, Intensivität, genau. Und aber so, dadurch, dass es so zerstückelt worden ist, hat mir so ein bisschen Impact Und jetzt kommen wir zu der weiteren Szene, die man zusammenlassen hätte. Ja, jetzt kommt wieder so eine ganz kurze Szene. Ja, genau. White Walker kämpft gegen Vision und sie beschießen sich mit Laserstrahlen. Ja, eigentlich eine richtig coole Szene, fand ich. Naja, man sieht sie nur ganz kurz vor dem Fenster und dann fliegen sie hoch und dann sieht man Wiccan, wie er das Leiden seiner Mutter spürt und sagt zu seinem Bruder, wir müssen gehen. So, das ist die Szene. Wer ist das denn? Wie gesagt, du sehst du... Und wieder der Schnitt. Ja, und dann ist wieder der Schnitt da. Ja, aber sie sah cool aus. Ja, das ist... Das ist wahr. Man muss nehmen, was man kriegt. Nee, nee, das war schon echt cool gemacht, wie diese Empathie gezeigt wurde. Ja, richtig, stimme ich dir zu. Genau, und dann gibt es nämlich schon wieder einen Schnitt, man sieht wieder die Bevölkerung zu Wanda sprechen. Hier, unser Herb ist das, glaube ich, der sagt, wenn ich mich im Spiegel betrachte, erkenne ich mich gar nicht mehr. Und es laufen halt alle auf sie zu und bedrängen sie und reden auf sie ein. Und sie versucht sich ja noch so ein bisschen zu rechtfertigen und meint, ja, ihr hattet's ja gut. Ich hab ja alles getan, dass es euch gut geht. Ihr lebt ja hier schön und so weiter. Aber sie reden halt alles weiter auf sie ein. Und man sieht ihr halt an, dass es sie richtig fertig macht. Und dann ist es überfordert und lässt halt wieder Kraft von sich so sprühen oder schreit einfach vor, wie sagt man, vor Verzweiflung. Es ist halt quasi ihr Power-Schrei, den sie immer von sich gibt, wenn sie ihr irgendwie traumatisiert ist. Der hat ihr bisher immer geholfen. Und hier, ja, hilft sie auch kurzzeitig mal wieder. Genau, aber durch diesen Ausbruch würden die Leute halt gewürgt. Ich wollte sagen stranguliert, aber ja, das passt auch. Und dabei verfärben sich ihre Hände schwarz. Also irgendwas haben sie voll dezent mit schwarzen Händen. Ja. Auf jeden Fall werden die Bewohner von Westview dann halt gewürgt oder stranguliert von Wanderskräften. Und als sie dann realisiert, okay, das schadet den Leuten jetzt, dann lässt sie auch relativ schnell wieder, ja, von dem ab. Also dass die Leute halt... Ja, das schritt sich auch tausendmal. Genau. Dass da jetzt nichts, ja, in Anführungszeichen schwerwiegenderes jetzt passiert. Ich finde halt, den Spruch, wo Gether da einwirft, hält ihnen voll dann doch niemanden. Finde ich halt dann auch so ein bisschen, weißt du, als wolltest du noch so Daumen in die Wunde drücken. Du hast gerade die Leute gewürgt und jetzt hier Helden voll dann doch niemanden. Ja. Das ist schon... Und sie macht ihr jetzt auch direkt klar, dass sie sich entscheiden muss, ihre Familie und Vision sind tatsächlich an Westview gebunden. Also muss sie sich... Das kommt auch erst später. Ich wollte gerade sagen. Weil Wanda sagt ja jetzt, sie merkt halt, dass sie die Bevölkerung freilassen muss und dann lässt sie diesen Strahl nach oben, damit das Portal oder das Hex langsam aufgeht. Und dann gibt es den Umschnitt zu Hey What. Weil diese Szene, wo du meinst, kommt erst nach. Hey What. Diese verdammten Schnitte, ey. Ja, das ist schlimm. Das Schnittmassaker. Genau. Und Hey What sieht man ja dann in dem Moment, wo er erkennt, dass das Hex sich öffnet, sagt er, das nutzen wir und fährt dann halt rein damit. Genau. Und dann sieht man wieder einen Umschnitt, wie White Wanderer, also der weiße Wanderer, gegen Vision kämpft. Und das Hex öffnet sich immer mehr und irgendwann ist es halt so weit, dass das Vision sich leicht auflöst und stürzt halt dann ab. Und dann kommen wir zu der Szene, wo du gerade gemeint hast, Patrick, dass auch die Kids dann an dem Marktplatz ankommen. Hier sind wir wieder bei einer Szene, die ich optisch extrem ansprechend fand. Meinst du, wie die beiden sich bekämpfen in der Luft? Ja, das sowieso. Aber ich fand optisch, das Auflösen, ich fand es einfach sehr, sehr stark gestaltet. Das Verzerrte, auch die Sprache von Vision in dem Moment, die ist auch so leicht verzerrt und die Kids, die zieht es so auseinander, das hat es echt gut gemacht. Genau. Es ist zumindest alles ziemlich solide gedreht, nur diese Logikfehler und die vielen Schnitte, die lassen einen das nicht wirklich komplett genießen. Ja, das meinte ich ja vorhin auch bei einer Szene, glaube ich. Es fehlt dieser Impact. Würde man den Szenen mehr Freiraum geben, dann würden die sich besser entfalten. Oder hätte man den Folgen statt dem Abspann diesen ewig lang noch ein paar mehr Szenen reingeschrieben, dann hätte sich das Ganze auch ein bisschen charakterlich besser entfalten können. Das finde ich auch. Ich finde da, am Ende ist es wahrscheinlich gar nicht mal so viel, was fehlen würde. Einfach zwei Minuten Abspann gegen zwei Minuten Handlung tauschen und schon könnte das Ding vielleicht anders aussehen. Nee, das sind wirklich so Kleinigkeiten, wo man vielleicht ein bisschen den Feinschliff verpasst hat. Aber das hätte so viel besser getan. Das ist genauso wie dieses, die Romanze zwischen Wonder und Vision, der hättest du in den MCU-Filmen dem vielleicht pro Film fünf Minuten mehr gegönnt. Es hätte nicht so komplett aus der Luft gegriffen gewirkt. Und dieses Problem hast du eben auch in der Serie. Es fehlen immer wirklich so diese kleinen Feinschliffe von zwei, drei Minuten pro Folge, die diese Behauptungen, die hier getätigt werden, stützen. Da gibt es ja dieses lustige, weil du gerade das angesprochen hattest, Patrick. Da gibt es dieses lustige Meme. Ich glaube, das hattest du mir sogar in unseren Chat geschickt. Man sieht ein ganz dickes Buch, wo oben drüber steht, Folge von Wonder Vision. Ein ganz dickes Buch, wo es drüber steht, Folge von Wonder Vision ohne Abspann. Und das muss ich tatsächlich sagen. Also hätten sie diese Abspannen kürzer gemacht oder ein bisschen komprimiert und mehr für die Serie getan. Wie du schon sagst, mehrere Szenen eingeführt oder länger die Szenen gemacht. Das ein bisschen mehr erklären oder auch ein bisschen mehr Freiraum geben, dass sie sich entfalten können und sowas, hätte es der Serie echt gut getan. Sagen wir pro Minute vielleicht fünf Minuten mehr Charakter-Screen-Time. Und das Ganze wäre deutlich gefestigter gewesen. Vor allem, wir wollen in dieser Serie anscheinend ja noch für ein paar MCU-Filme auch noch die Türen öffnen. Da wäre ein paar Minuten auch nicht zu viel verlangt gewesen. Ja, richtig. Gut, machen wir mal weiter. Gut. Und zwar, genau, sie muss sich halt entscheiden, ob sie halt Westview freilässt oder für ihre Familie. Und Wonder entscheidet sich natürlich erstmal für ihre Familie und lässt da Sex wieder zugehen. Und in dem Moment schießt Agatha einen Strahl oder einen Machtblitz, sage ich jetzt mal, auf die Familie. Und Wonder setzt halt ihr Schild-Energie ein. Und Agatha zieht in dem Moment halt ihr schon wieder Energie raus. Ja, das merkt man daran, dass sich die Hand wieder schwarz verfärbt und dann macht sie quasi ihren, wie heißt da, Miss Fantastic Move, wo sie dann das Kraftfeld einsetzt, um die Familie zu beschützen. Und die nehmen alle so diese Incredibles-Position ein. Oder Fantastic Four. Ey, das fand ich auch so lustig. Das war klasse gemacht. Ja, ja. Da stimmig der Folge kommt, wo man sieht White Vision runterkommen, die Armee kommt angefahren und die kleine Familie nimmt diese, wie du sagst hier, Mr. Incredible oder die Familie Incredible. Fantastic Four-Position ab. Mega. Fand ich gut. Ich hab hier aufgeschrieben, Superhelden-Pose. Mindestens einmal im Film. Muss drin sein. Es gibt immer eine Konstante. Richtig. Vor allem, wenn das eine Familie aus vier Menschen ist, dann muss diese obligatorische Fantastic Four-Anspielung natürlich drin sein. Ja. Ja, macht Sinn. So. Und dann fangen ja die Kämpfe an. Das ist ja, wie gesagt, das ist echt actionreich gewesen, diese Folge. Und ich kenn nicht mehr den genauen Wortlaut. Ich hab ihn mir leider nicht notiert. Sie sagt ja, ihr seid dafür geboren, um zu kämpfen oder so. Wisst ihr noch den genauen Wortlaut? Leider nicht. Aber es ging halt echt drum, es ist ihr erster Kampf. Genau. Und sie sagt ja, ihr seid meine Kinder, ihr seid dafür geboren. Irgendwas in der Richtung war sinngemäß. Also das liegt ihnen im Blut. Das hat ja Wiccan schon ein paar Mal gezeigt. Und auch Speed hat das ein paar Mal gezeigt, dass er auch ziemliche Super-Händfähigkeiten hat. Obwohl ich mich dann immer frag, wieso kann Wiccan auch an dieser Speed-Geschwindigkeit rumrennen? Das hat ja Andy auch schon kritisiert. Ja. Wieso der Kleine dann so easy mitläuft? Ja, war das nicht bei dem X-Men-Film auch so, dass Quicksilver die mitnehmen konnte, aber er musste halt die Nacken von der Person stützen? Das geht doch bei Flash auch in das Universum. Also ich find's gar nicht mal so abwegig. Ja, die hatten danach meistens einen Schleudertraum, aber das stimmt. Ja, aber. Oder haben dann erstmal angefangen zu reiern. Also das gab's immer wieder mal. Jedenfalls fangen. Ja. René? Äh, nee, also ich find das nicht abwegig. Irgendwo macht's ja auch Sinn. Wenn jetzt zum Beispiel ein Held mit der Speed-Force, um's mal auf DC-Jargon zu sagen, jemanden retten möchte, dann macht's ja keinen Sinn, wenn er da mit Vollspeed anrennt und die Person dann aber trotzdem im normalen Schritttempo retten will. Oder dann, wenn zum Beispiel Superman eine Person auffangen will und im Prinzip würde die Person ja an den Armen zerschellen. Ja. Macht auch nicht so viel Sinn. Oder es wäre unschön anzusehen. Wo wir wieder bei The Boys wären. Naja. Jedenfalls finde ich's jetzt voll verwirrend, weil jetzt gibt's echt viele Schnitte auf einmal. Es beginnen nämlich diese Kämpfe. Man sieht, wie The White Vision mit Vision in die Bücherei kracht und da kämpfen sie, zerstören alles und auf einmal bleiben sie in der Luft stehen gegenüber. Und der Weiße Vision erbittet eine Elaboration. Die Elaboration. Genau. Ja, aber vorher passiert noch was. Vorher machen sie halt diesen Superman-Ruf. Und dann gibt's einen Schnitt. Und dann sieht man Wanda gegen Agatha kämpfen. Also, oder anfangen wieder zu kämpfen und sagt noch zu den Kids, kümmert euch um die Armeetypen. Dann sieht man, wie die Kids die Waffen von diesen Armeetypen klauen durch die Schnelligkeit von hier unserem Speed. Dann seht ihr wieder einen Schnitt, wie Hayward auf die Kids schießt und Rainbow rettet die zwei, indem sie sich vor die stellt. Dann siehst du einen Schnitt, wie Wiccan, die letzte Kugel, ich sag doch, ey, da ist voll so viele Schnitte. Dann siehst du, wie Wiccan die letzte Kugel fängt und die zwei dann noch miteinander quatschen von wegen, haja, coole Kräfte, ja, du aber auch. Dann siehst du nämlich, wie Hayward frisst. Und zwischenzeitlich hast du noch vergessen, dass Agatha, ein paar Soldaten in die Luft schleudert, Wanda die auffängt. Richtig. Also, dass die eigentlich gar nichts Böses will, wo man das hier schützt, die Armeetypen ja noch. War schon ein ordentliches Schnittmassaker, hätte man auch schöner zusammenfügen können. Ja, Leatherface wäre stolz auf dieses Schnittmassaker. Wenn ich mir das nämlich jetzt hier auf der Timeline angucke, war das, was ich jetzt alles gesagt habe, alles innerhalb von zwei Minuten zwanzig. Ja. Ja, ja. Also, das ist schon echt viel. Vor allem dieser Moment, wo Hayward dann auf die Kinder schießt, spätestens da ist er ja wirklich ein richtiges Oberarschloch. Ja. Und spätestens da kann man ihn nicht mehr nachvollziehen. Also, spätestens da ist er weit weg von diesem inneren Zwiespalt, den wir immer wieder andichten wollten. Am Ende war die Szene aber auch irgendwo wieder ein Mittel zum Zweck. Man wollte einfach endlich die Kräfte von Spectrum irgendwie reinbringen. Richtig. Man musste das jetzt auf 30 Sekunden reinbringen, weil man davor ein bisschen wenig Scree-Time da hatte. Richtig. Vorher war es immer noch so leicht angedeutet mit diesem Blick, wo sie diese Aura sieht und so. Und Superheldenlandung und so. Und das war es, genau. Also musste man jetzt wirklich irgendwie das reinbringen. Und ich glaube auch, dass dieses Hayward schießt auf die Kids-Szene eigentlich nur dafür gedacht war, um zu zeigen, was Rambo eigentlich kann. Ja, also ich finde, ich sehe die Szene auf zwei Arten. Zum einen möchte man, wie Patrick schon sagt, endlich, ja, droppen, dass Hayward halt echt ein Arsch ist. Und zum anderen hat man dadurch, ja, Spectrum halt offiziell eingeführt. Richtig. Vor allem noch mit dem Sword, in der Sword-Uniform. Man weiß jetzt, uh, sie ist jetzt ein ganz hohes Tier. Ja. Ich würde trotzdem gerne mal zurück in die Bibliothek. Ja, da kommen wir ja nämlich jetzt da drauf. Genau. Weil jetzt kommt der Umschnitt, nachdem Hayward flüchten möchte. Und da sie kracht noch in ihn rein und sagt, viel Spaß im Gefängnis, gibt es dann den nächsten Schnitt. Und dann kommen wir in die Bibliothek. Und jetzt darfst du fortführen, René. Ich finde die Szene tatsächlich sehr interessant, weil im Verlauf des Kampfes fragt unser Vision dann Whitey, warum? Das ist auch gut. Und dieser sagt dann, dass seine Aufgabe ist, Vision zu eliminieren. Und das hinterfragt Vision, weil er sagt, aber bin ich denn der echte Vision? Und dann beginnt diese, wie du schon gesagt hast, diese, wie heißt es? Elaboration. Elaboration, was ein Wort. Habe ich mir auch gedacht. Darf ich dich kurz unterbrechen? Ich habe mir auch gedacht, wo er das sagt, er sagt doch einfach, du willst jetzt kurz mal babbeln oder einfach mal kurz quatschen, aber nicht Elaboration. Ja. Aber okay. Und dann, ja, babbeln die beiden halt darüber, wer ist jetzt der echte? Gibt es einen echten? Und dann, es ging um das Schiff des... Theseus. Theseus, genau. Und den Vergleich fand ich tatsächlich sehr treffend und passend gewählt. Ich kannte ihn vorher nicht. Ich weiß nicht, ob ihr den vorher kanntet, aber zum einen fand ich die Thematik als solche sehr interessant. Zum anderen passt es einfach wie die Faust aufs Auge in diese Szene. Weil es im Prinzip genau das widerspiegelt, was die zwei verkörpern. Weil ich weiß ja nicht, diese These, dieser zwei Gedankenexperiment von dem Schiff des Theseus, heißt ja so, erstens Planken verfaulen, wird jede Planke ersetzt, ist ja irgendwann alles ersetzt und ist es dann noch das Original-Theseus-Schiff. Und der zweite Gedanke ist, würde man die Planken von der Fäulnis befreien. Die Planken würden aber erhalten und man würde praktisch nur die alte Planke verbessern. Wäre das dann trotzdem noch das richtige Schiff? Und darauf beziehen sie sich ja selber, weil der weiße Vision ist ja körperlich der echte Vision. Es ist ja das Material, was Vision verkörpert. Und unser Beauty hier, unser farblicher Vision, der ist ja der Gedankenstein, das Gewissen von Vision, aber körperlich nicht mehr Vision. Und so tun die das sich halt dann zusammenreiben, dass gar keiner von den beiden mehr der echte Vision ist. Im Prinzip beide zusammen wären nah dran an dem echten Vision. Und kannst du dich noch letztens erinnern bei der letzten Folge, wo ich die Theorie aufgestellt hatte, dass ja der Vision von, also der Wanda erschaffende Vision das Hex nicht verlassen kann, weil er sonst zerrissen wird. Und ich mir vorstellen kann, dass es so eine Fusion gibt zwischen diesem materialistischen Vision und diesem Gedankenvision, dass er dann letztendlich noch weiter besteht und dann wie raus kann, das war so meine Theorie. Was ich jetzt an dieser Stelle allerdings schade finde, dass man das direkt so zeigt, was passiert. Hätte man das später an den Schluss verpflanzt, da wäre mehr Tragik dahinter gewesen bei dem, was dann später kommt. Richtig. Jedenfalls kommt Vision dann auf die Idee, oder nicht auf die Idee, sondern sagt ihm halt, dass ihm Daten verwehrt wurden, weil die ganzen Daten, die ganzen Erinnerungen sind ja eigentlich bei ihm noch im Zwischenspeicher, sag ich mal, wie beim PC noch gespeichert. Aber sie erlauben ihm halt den Zugriff, nicht auf diese Daten. Und der weiße Vision lässt sich halt auf dieses Experiment ein, dass er ihm diese Daten freischalten darf. Und Vision geht hin und drückt ihm auf die Stirn, auf dieses, wo eigentlich der Gedankenstein drin sitzt, drauf. Und man sieht dann rückläufig alle Ereignisse, was bisher im MCU mit Vision passiert ist. Also von der Entstehung bei der Party, wo er den Hammer hält, die Sache mit Thanos, wie Wanda ihn erst diesen Stein mit ihrer Energie oder ihrer Kraft entzogen hat. Und dann ihm der Stein zerstört worden ist von Thanos, äh, der Kopf zerstört worden ist von Thanos. Genau. Und daraufhin bekommt dann der weiße Vision richtige Augen. Also nicht mehr dieses blau funkelnde elektronische Auge, sondern so fast schon menschliche Augen. Also ich hatte jetzt nicht so das Gefühl, dass es die Augen von dem ursprünglichen Wurschen sind. Nee, er kriegt, wie auch Paul Bethany, also wie Vision, auch immer wieder menschliche Augen. Hier zeigt man eben auch, es könnte jetzt mit ihm weitergehen. Sollte der andere Vision das nicht überleben? Weil dieser Vision fliegt dann auch davon. Ja. Und da habe ich jetzt zum Beispiel auch gehört oder gelesen, dass manche Leute diese Szene nicht verstanden haben. Dass Vision, also der weiße Vision dann durchs Dachfenster abhaut und dabei schreit, ich bin Vision. Und man sieht ihn dann nicht mehr. Und die Leute haben das nicht verstanden. Und ich bin, also meine Theorie ist, dass er halt jetzt in den nächsten MCU-Filmen durchaus weiterhin auftaucht, aber jetzt erstmal wieder seine Gefühle und so entdecken muss, weil der weiße Vision ist ja gefühlslos oder emotional nicht in der Lage, Gefühle zu empfinden. Noch nicht, das dauert noch nicht Zeit. Genau. Die Möglichkeit besteht, man hat nicht seinen Geist in ihn verpflanzt, wenn du jetzt sagst, nö, nö, ist jetzt alles ausgeschlossen. Das ist das MCU, das wird familienfreundlicher, das wird emotionaler, das wird schneller passieren, als man denkt. Nur nicht eben sofort, wenn die wieder aufeinandertreffen, denke ich. Richtig, ja. Am Schluss ist ja noch eine Szene und die hat mich auf so eine Theorie gebracht, die ich vielleicht später noch bringen möchte. Also ich möchte jetzt nicht vorgreifen, weil sonst würde ich ja vieles überspringen. Aber ich habe da eine Theorie, was da noch passiert. Das machen wir dann am Schluss. Genau, erinnert mich, falls ich es vergesse, vielleicht noch dann, wenn ihr es auch nicht vergesst. Okay. Gut, dann sehen wir einen Schnitt wie Wonder, äh, Wanda, verdammt, ich fange schon wieder an. Vision, Vision aus dieser Bibliothek rausgelaufen kommt und sieht seine zwei Söhne und Rambo und da gibt es erstmal eine herzliche Umarmung. Das fand ich knuffig, das hat mir gefallen. Ja. Ja, das zeigt halt so ein bisschen dieses Federliche, dieses Familiäre, ne? Genau. Ja, aber die ist auch wieder, weiß ich, vier, fünf Sekunden lang, also das ist nicht wirklich lang. So, und dann kommt eine Szene und die fand ich cool, weil das zeigt wieder diese, diese, diese Kraft, wo Wanda hat. Und das, diese, diese Kraft hat man auch schon bei den Avengers gesehen, bei dem Age of Ultron-Film, wo sie sich so abgehackt bewegt und dann diese Leute beeinflusst mit ihren Fingern. Ja, ja, diese, dieser Gedanken, sie ist ja mit den Gedankensteinen verschmolzen, deswegen hat sie auch diese Fähigkeit, Gedanken zu manipulieren. Richtig. Und wir sind jetzt auf einmal wieder in der Vergangenheit von Agatha Harkness. Genau. Wahrscheinlich genau in dieser Zeit, die wir beim letzten Flashback von Agatha Harkness gesehen haben, wir sind wieder im Hexenzirkel. Genau, in diesem Hexenkreis. Und Agatha steht halt an diesen Pfosten, an diesem Pfahl angekettet, also mit dieser Macht halt angekettet. Und diese toten Hexen, wo sie ja praktisch umgebracht haben, erwachen auf einmal zu leben. Und sie sagt noch, nein, nein, bitte nicht, nein, nein. Ja, ein kleines Horror-Element. Ja. Ich fand, nee, was danach kommt, das hat mich so ein bisschen an Hellboy erinnert. Wenn sich bei ihr, also bei Wanda dann diese Krone bildet, das hatte durchaus Parallelen zu Hellboy, wenn er so seine düstere Seite entdeckt und da die Hörner dann kommen. Das stimmt, ja. Das ist tatsächlich richtig, ja. Was viele nicht wissen, ich hoffe, ich spoiler da niemanden, Hellboys Mutter ist tatsächlich auch eine Hexe. Ah, okay. Ja, what? Nee, wusste ich. Ja. Sam ist, Sams Steckenpferd ist Captain America, bei mir ist es Hellboy. Bei dir ist es so Punisher. Das stimmt. Und bei jedem trifft so dieser Lieblings-Comic-Head so ein bisschen auch die Charaktereigenschaft von, ja, von einem selber. Also Sam ist so dieser mit der stolz geschwellten Brust, dieser Captain America-Fan aus Schwaben, also so ein Schwam-Aerika. Schwaben, Captain Schwaben, das passt gut. Das ist echt gut. René ist eher so in sich zurückgekehrt in seiner Nerd-Cave und wartet drauf, bis er zum Ansatz kommt und ich bin laut und zynisch. Ja, passt alles. Ja, sehr schöne Vergleiche. Hast du sehr schön analysiert, ey. Weil ich hier gerade wirklich alleine in meiner Nerd-Cave sitze. Ich wohne auch im Keller, ich weiß, wie das ist. Nee, aber ich finde es schön, dass du das ansprichst mit der, ja, nennen wir es mal Krone. Ich fand es schön, das zu sehen, dass die, ja, wie nennen wir das Teil, das Diadem von Scarlet Witch auch mal in Erscheinung tritt. Auch abseits dieses Halloween-Kostüms von vor wenigen Folgen. Ja, es ist schön zu sehen, dass das quasi jetzt doch Teil ihrer DNS geworden ist. Ja. Ich finde es, ich finde es halt so lustig, daraufhin, weil, wenn man an die Halloween-Folge zurückdenkt und sie wird ja auf dieses alberne Kostüm angesprochen, was ja jetzt schon Ähnlichkeit mit dem hat, was wir jetzt sehen. Und sie sagt nur, das ist eine alte, zukovische Hexe. Und sie wusste davon, aber... Und jetzt ist es so die zukovischen Hexenzirkel wahrscheinlich. Ja, das finde ich so lustig, weil sie wusste ja vorher nichts von diesem Hexenzirkel und sie bezeichnet sich selber ja nicht als Hexe und sagt noch, sie vergleitet sich als zukovische. Und sie sind halt genau zu Hause und jetzt ist es, ja, krass. Vor allem, dass diese Hexen sie erstmal gefangen nehmen wollen und an ihr dieses Ritual, dass sie an Agatha machen wollen, dann versuchen und sich dann quasi Wonders Power tatsächlich mal manifestiert. Ja, richtig. Wo waren wir stehen geblieben? Genau, und dann lässt sie ja diesen Schrei wieder los und dann sind sie aus dieser Traumwelt wieder raus und wieder auf diesem Marktplatz, in Westview. Über dem Marktplatz. Über dem Marktplatzplatz, die fliegen nämlich. Und dann kämpft sie in der Luft weiter und ich fand, das fand ich schön gemacht. Mit diesen roten Wolken, mit diesem roten Hintergrund und wie sie ihre Energiebälle auf Agatha schießt und gleichzeitig auch welche daneben gehen. Das fand ich schon gut gemacht. Ja, da schließe ich mich auf jeden Fall an. Ich fand auch den Schnitt ganz cool, wie sie da aus dieser Zwischenwelt quasi direkt nahtlos übergeht und die dann wieder in ihren alten Kostümen sind und die sich dann bekriegen. Und Vision eigentlich helfen will, aber erst mal in der Parallelwelt verdammt wird. Nee, das hatte eine Dynamik und das war auch mal ein übersichtlich Heckkampf, wo man nicht nach 30 Sekunden wieder geswitcht ist, sondern den auch mal ausgekostet hat. Richtig, der war richtig schön lang und auch schön inszeniert. Ausgewogen und übersichtlich. Ja, genau und übersichtlich. Also man hatte nicht so das Gefühl, man hat mit dem Augenblinzeln irgendwas verpasst, sondern es war echt gut gemacht. Ich fand die Szene... Da hat man sich Zeit gelassen. Ich fand die Szene im Großen und Ganzen halt auch echt ausgewogen. Also vor allem dieser optische Aspekt. Ich mag dieses Düstere, das passt hier einfach super zur Atmosphäre und das sah einfach verdammt schön aus, auch wenn es eigentlich nicht schön sein soll. Sowohl von der Außenansicht, wenn die gesehen haben, wie in diesem Hexagon quasi so ein rotes Feuerwerk war, als auch im Inneren. Ja, und wie ihr auch sagt, der Kampf, der war echt schön inszeniert, war nicht zu sehr drüber, er war aber auch nicht irgendwie flach oder so. Also das war ein echt schöner, in Anführungszeichen nenne ich ihn mal Endkampf, weil wir jetzt im Serienfinale sind. Genau, ich wollte gerade sagen, das war sogar das Highlight in dieser Folge für mich. Nicht nur dieser Kampf zwischen den zwei, sondern auch den Reveal, was aus diesem Kampf entsteht. Den fand ich so schön inszeniert. Ich mochte es auch, dass hier sogar dieses anwesende Publikum mal zur Handlung gepasst hat und nicht so aufgesetzt wirkte. Richtig. Genau das Reveal, was ich anspreche bei diesem Kampf. Gatha saugt natürlich immer mehr Kraft von Wanda auf und man sieht, Wanda wird immer schwächer und man sieht es halt im Gesicht, sie wird älter und immer schwärzer. Sie saugt ihr halt die Kraft aus. Und jetzt kommen wir nämlich zu dem Punkt, wo ich gesagt habe, aus Versehen daneben geschossen. Nämlich irgendwann merkt Agatha, sie kann oder sie will einen Zauber wirken und es funktioniert mir dann richtig. Und dann gibt es nämlich diese Auflösung, dass diese Schüsse, wo daneben gegangen sind, da hat Wanda diese Runen bewirkt an diesen Hexagon-Wänden. Und eigentlich ist Agatha selber schuld, weil sie hat ihr, das ist nämlich noch eine Folge vorher, nämlich gesagt, dass ein Raum, in der eine Hexe ein Zeichen, ein Runen-Zauber bewirkt hat, eine andere Hexe keine Kraft mehr hat. So, und dann schlägt es nämlich um. Dann saugt nämlich auf einmal Wanda die ganze Kraft von, äh, nicht die ganze, aber sie saugt einen Teil von der Kraft von Agatha auf, sich auf, und Wanda durch diese immer mehr anschwillende oder an, wie sagt man so, äh, Kraft, wo sie an sich nimmt, verwandelt sie sich in die Scarlet Witch. Und meine Fresse, sieht das Kostüm geil aus. Da haben sie jetzt endlich einen guten Hybriden bekommen, aus diesem klassischen Scarlet Witch-Kostüm, inhalt modernisiert. Es hilft auch enorm, dass das Kostüm von Agatha irgendwie lächerlich aussieht. Dadurch sieht ihr Kostüm nochmal eine Spur cooler aus. Muss man dazu sagen. Ich finde, ich hatte das im Cast zu Captain America 2 auch gesagt, ich bin ein großer Fan davon, wenn Comic-Charaktere in ihren Filmen und Publikationen auch wirklich diese Kostüme oder Suits aus den Comics übernehmen. Und ich finde hier, wie schon gesagt, die Mischung sehr schön. Also man hat, man, man geht nicht zu weit von diesem klassischen Suit von Scarlet Witch weg, man ist aber auch nicht irgendwie, ja, zu drüber. Also die, die Mischung, die macht's. Und das ist hier wirklich verdammt gut getroffen. Wenn man, wenn man überlegt, wie die alten Kostüme, wie sexistisch die waren, die, also die alte, das alte Kostüm, das hatte ja einen Ausschnitt bis zum Bauchnabel runter. Und da finde ich sie ja echt hübsch gemacht, weil sie, sie wirkt weiblich. Das finde ich auch richtig schön anzusehen. Aber es wirkt halt wirklich in die Zeit rein. Also es wirkt nicht aufgesetzt, aber er hat immer noch diese, diese Anleihen oder diese Anspielung auf das alte Kostüm und das gefällt mir halt so richtig schön. Sie ist nur auf einmal plötzlich blond, was mich kurzzeitig verwirrt hat. Vielleicht war es das Licht. Ich glaube auch, das war in dem Fall, weil eine Szene später sieht man ja, dann hat sie wieder dieses rötliche. Ja. Das war wahrscheinlich nur Lichtblitz oder so, kann schon sein. Jedenfalls sagt Agatha noch so, du hast keine Ahnung, was du jetzt getan hast. Ja, jetzt wird die Darkseid angeteasert, die in Wanda jetzt herrscht, weil sie ja zu Scarlet Witch geworden ist. Richtig. So, dann kommen wir, dann sind sie auf dem Marktplatz, also sie landen dann praktisch wieder an dieser, wo mal die Holzhütte standet. Ja, Agatha schlägt sogar ziemlich unsanft auf. Ja, richtig. Und sie sprechen halt miteinander das, was sie jetzt machen will. Willst du sie fortschicken, willst du sie töten, bla bla bla. Und das fand ich richtig gut, weil jetzt haben wir endlich mal im MCU einen Gegner, der nicht getötet worden ist. Ja, nicht direkt verheizt. Loki wurde auch nie getötet. Ja, richtig. Aber Loki war ja später auch noch wichtig für die Filme. Und ich vermute, dass Agatha später in der nächsten Phase von MCU auch noch mal wichtig wird. Sonst hätten sie es irgendwie ausradiert oder auflösen lassen oder irgendwas. Aber das ist es. Das wird wie bei Man in Black 2 sein, wo sie Agent K dann wieder zurückholen müssen und seine Erinnerung wieder herstellen müssen. Ja. Genau, weil Agatha sagt ja noch von wegen, du wirst mich brauchen. Und Wanda sagt ja dann noch, wenn das so ist, weiß ich ja, wo ich dich finde. Aber jetzt kommt der große Logikfehler. Sie ist in dieser Welt gefangen in Westview, das ja danach nicht mehr existiert. Also müsste, nachdem das alles quasi wieder minimiert ist, Agatha Harkness wieder die böse alte Hexe sein. Ich würde das aber weniger als Logikfehler deklarieren, sondern einfach vielleicht als vertane Chance in der Erzählstruktur. Weil eventuell könnte Scarlet Witch Agatha ja in ihre Rolle aus der Sitcom einfach gefangen haben. Dass sie in der realen Welt halt trotzdem als diese Agnes existieren kann. Dass sie sie quasi als nervige Nachbarin quasi weiter in der Rhein verpflanzt hat, weil sie sich die ganze Zeit drüber lustig gemacht hat. Genau. Richtig. Das ist so auch meine Vermutung, dass sie zwar das Hexe zurückholt und alles wieder in Normalzustand bringt, aber diese Gedankensteuerung oder dieses Umstrukturieren der Person bei Agnes beziehungsweise Agatha beibehält. Ja. Das ist auch so meine Theorie. Deswegen bin ich auch sicher, dass sie irgendwann im MCU nochmal wichtig wird. Werden wir sehen. Also die wird mit Sicherheit noch wichtig werden, weil diese Rolle auch in dem Comic-Universum eine ziemlich wichtige ist. Ich weiß, das hat die Leute bisher nicht davon abgehalten, zum Beispiel einen Mandarin zur totalen Witzfigur zu degradieren. Oh ja, reden wir nicht darüber. Ich mochte diesen Twist, aber den nochmal bringen, das wäre halt kacke. Ich habe aber eine kleine Theorie, da können wir später noch zukommen zu Agatha. Ich dachte beim Mandarins sogar, dass da noch irgendwie der Kniff ist, dass es gar nicht wirklich der Mandarin war, sondern der echte Mandarin im Hintergrund doch noch arbeitet und er doch noch existiert. Das wurde doch in einem der Filme quasi bestätigt, in einem der Minifilme. Genau. Gut, ja. Dann ist eigentlich schon der Endkampf vorbei. Das war der große Boss. Und dann spricht Wanda mit Vision hier, sie müssen den Ort reparieren, aber für sie gibt es hier halt keine Zukunft. Und man sieht halt Wanda an, dass sie ihren Fehler einzieht und damit übereinstimmt. Aber es tut ihr weh. Also das sieht man schon. Genau. Und das Hex wird ab dem Zeitpunkt halt immer kleiner. Man sieht diese Zirkuszelte sich zurückverwandeln. Das Ortsschild Westview verwandelt sich ins Originale zurück. Und die ganzen Häuser, Kino, alles verwandelt sich zurück. Und die zwei, Wanda und Vision, kommen dann bei sich zu Hause an, verwandeln sich noch an der Haustür dann wieder in ihre Alter-Egos, also in diese normalen Klamotten und bringen die Kiddies ins Bett. Ja, und da beginnt, finde ich, eine verdammt emotionale und irgendwo auch sehr schöne Szene. Die haben sie wirklich gut hinbekommen. Und auch da sind wir wieder bei dem Punkt, die Szenen, die man atmen lässt, die funktionieren in dieser Folge auch. Funktionieren richtig gut, ja. Ja, wir sehen halt, wir sehen halt, wie die beiden, also wie Wanda und Vision ihre Kids halt ins Bett bringen. Die beiden wissen natürlich, was da jetzt auf sie zukommen wird. Und ja, ich finde die zwei Kids, aber die Wanda-Push-Meister. Ja, genau, genau. Und da hatte ich kurz Bedenken, ob das jetzt vielleicht irgendwie over the top werden könnte. Aber ich finde tatsächlich, dass das wahnsinnig schön gelöst worden ist. Wir sehen halt, wie sie die Kids ins Bett bringen und sagen denen dann noch, ja, dass sie sie natürlich lieb haben und dass Familie für immer ist. Also, dass man, dass man, dass egal was passiert, dass die Familie in einem selber weiterlebt, weil sie einfach wissen, was jetzt passieren wird. Und das fand ich einfach wahnsinnig schön gelöst. Ja. Es war bitter süß gedreht. Ja. Es war sehr emotional, ja, das fand ich auch. Da hatte ich auch so einen leichten Kloß im Hals. Weil man, man wusste ja, was passiert. Also, das ist so, der Zuschauer weiß, was als nächstes passiert. Und trotzdem verabschieden sie sich von den Kids oder sagen denen Gute Nacht, als würde es einen Morgen geben. Und das war echt, er hat es... Ich fand das auch einen schönen Satz irgendwie, ihr seid die beste Familie, die ich haben konnte. Danke. Ja, sie hatte gesagt, danke, dass sie euch entschieden haben, ihre Kinder zu werden. Oder, oder nee, dass sie, dass sie ja uns als Eltern ausgewählt haben. Danke, dass ihr mich zur Mutter ausgewählt habt, genau. Oder so, ja. Richtig. Dann habe ich mir nämlich aufgeschrieben, den Satz. Weil der kommt nämlich auch im Comic-Förder-Satz. Ja, das muss dir natürlich sehr nahe gehen. Ja. 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 Ja, und als nächstes, als nächstes sehen wir dann halt, wie die beiden, also Wanda und Vision, wie sie im Wohnzimmer stehen. Genau. Wanda möchte die Lichter ausmachen und dann macht Vision eins wieder an, weil er erst so ein bisschen, sagen, ein bisschen rumschnulzen möchte noch auf die letzten Momente. Und dann, dann sagt er aber, dass er sie einfach sehen möchte. Das fand ich auch wieder sehr schön. Ja. Ich sage ja, der Schluss an sich ist echt schön gemacht. Und genau, und dann kommt sie ja zu dem Zeitpunkt, oder dann, er merkt ja, dass es immer näher kommt, der Zeitpunkt, wo sie sich verabschieden müssen. Und Vision verabschiedet sich praktisch von Wanda, indem er halt fragt, was bin ich? Und Wanda sagt, du bist der Teil des Gedankensteins, der in mir lebt. Du bist Fasern, die ich erschaffen habe. Du bist Blut, das ich erschaffen habe. Ganz einfach, du bist meine Liebe. Und in dem Satz, wo sie das sagt, läuft ihnen eine Träne übers Gesicht. Und es gibt im Comic, es gibt einen Verweis, also das ist ein Verweis auf ein Comic, wo es heißt. Robots can't cry. Robots can't cry, genau. Can't cry. Ja, das ist auch eine legendäre Szene. Das haben sie, das haben sie wirklich wieder schön getroffen. Und dass man ihm da, also Paul Bethany, diesen emotionalen Moment dann gönnt. Ja, finde ich auch sehr. Ohne direkt einen dummen Witz hinterher zu schieben. Ja, danke, danke. Das fand ich gut, ja. Es ist traurig, dass man sich dafür bedanken muss. Richtig. Aber, ja, sehr nett. Und jetzt kommen wir zu... Leider. Ja. Darf ich? Ja. Schick los. Und jetzt komme ich nämlich zu der Szene, wo ich ja vorhin gemeint hatte, da hätte ich eine Theorie zwischen dem weißen Vision und dem Vision, den wir hier als Gedankenstein, der in ihr lebt, sieht. Weil er sagt nämlich dann, ich war eine Stimme ohne Körper. Das war Jarvis. Ja. Ein Körper, aber nicht menschlich. Das war in dem Moment, wo er zu Vision wurde. Und jetzt bin ich eine Erinnerung, die real wurde, was er ja ist. Ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus willst. Und dann sagt er am Schluss noch, wer weiß, zu was ich noch werden kann. So, und das war für mich so der Hinweis, dass irgendwann im MCU der Zeitpunkt kommt, wo der weiße Vision vielleicht so weit ist, dass er sagt, okay, ich weiß, wer ich bin. Aber er hat halt immer noch keine Gefühle oder keine Emotionen und trifft auf Wanda. Wanda ist ja immer noch verliebt oder hat immer noch Liebe für Vision. Und der weiße Vision bietet ihr an, die Gefühle oder so sich wieder in seinen Körper rein zu, wie sagt man, manifestieren oder so. Und dann dieser Gedankenstein, der in ihr lebt, praktisch in ihn rein projiziert und dann Vision wieder lebt. So, das hat für mich dieser Satz, wer weiß, zu was ich noch werte, eigentlich so vor. Es passt ja auch zu dem, was er sagt, dass es ein Auf Wiedersehen ist. Genau. Wir haben uns schon mal Lebewohl gesagt. Ja. Sagen wir diesmal lieber Auf Wiedersehen. Und Wanda sagt auch, wir werden uns wiedersehen, genau. Und Vision löst sich ja dann auf, in dem Moment, wo das Hex praktisch komplett weg ist. Das übrigens auch eine Szene mit, wie ich fand, einem wahnsinnig emotionalen Impact war. Also der Moment, wo er sich auflöst, die Musik wird prägnanter. Die Szene, ja. Diese Szene, wo er sich langsam auflöst, da lassen sie auch wieder richtig viel Zeit dafür, für dieses Gefühl. Dass sie es praktisch, also ich habe das so empfunden, dass sie jetzt mit ihrer Therapiestunde durch ist. Sie hat sich mehr oder weniger akzeptiert. Genau, jetzt kommt die Akzeptanz, so wie du es sagst. Genau. Und das hat diese Szene schön da gemacht. Vor allem, wie sich dann auch das Gesicht in ihrer Hand auflöst und ach Mann. Ja, und in dem Moment, wo eigentlich er schon weg ist, man sieht nur noch das Gesicht in diesem gelblichen Schimmer, sagt er noch, auf Wiedersehen, Liebling. Ja. Und das fand ich auch sehr herzergreifend. Also da ist mir auch Herz aufgegangen, weil das ist kein endgültiger Auf-nie-mal-Wiedersehen, sondern auf Wiedersehen heißt immer, wir werden uns wiedersehen. Also das passt alles zu meiner Theorie. Es ist eine Szene voller Drama, Liebe und Hoffnung. Und ich finde, dass es, also ich weiß nicht, wenn ich jetzt drüber nachdenke, über das komplette MCU, ist das, glaube ich, eine der schönsten Szenen, die wir bisher bekommen haben. Ja, tatsächlich. Ohne Frage. Was man jetzt hier aber anmerken muss, hier hatte man auch ein paar Stunden mehr Zeit, jetzt einen Charakter zu entwickeln. Richtig. Ich denke auch, wenn das ein Zwei-Stunden-Film oder, weiß ich, 90-Minuten-Film, also ein eineinhalb-Stunden-Film. Ja, zweieinhalb-Stunden-Film, das ist so diese Marvel-Film-Lauflänge aktuell. Richtig, dann wäre das nicht so rübergekommen. Stimmt, dann hätten wir auf jeden Fall mehr Witze gehabt. Ja, genau. Und vor allem in einem Film, der von den Kindern gesehen wird, da hätte man sowas weggelassen. Ich sage nur, mein pubertäres Ich hätte das jetzt wahrscheinlich als zu kitschig gefunden und hätte dann so, äh, ihr geht. Ja, ja. Gestöhnt. Aber das ist eine Serie, die braucht ein bisschen emotionalen Impact, damit man einen Zuschauer auch über mehrere Stunden binden kann. Deswegen haben auch langlaufende Serie immer wieder gewisse Soap-Elemente. Ja, am Ende sind sie unabdingbar, um den Flow der Serie beizubehalten. So, genau. Und nachdem sich Wuschen dann aufgelöst hat, hat sich natürlich auch das Haus wieder aufgelöst. Genau, das Hex ist jetzt weg. Das Hex ist weg. Sie steht wieder in den, in den, äh, auf dem Grundstück ohne Haus, ohne gar nichts und zieht sich die Kappe über den Kopf, genau. Und läuft dann durch die Straßen von Westview an den ganzen Einwohnern von Westview vorbei. Die sie natürlich unglaublich angucken. Genau, und die gucken alle ziemlich böse. Wir befinden, wir befinden uns jetzt wieder an unserem Lieblingsschauplatz, dem Platz mit dem Pavillon. Ja, ich sage immer Marktplatz, obwohl das gar kein Marktplatz ist, aber ja, Mittelpunkt vom Ort. Ja, die Kreuzung. Und da trifft sie dann auf Rambo. Das ist echt so ein Western-Feeling, wo irgendwie so der böse Fremde ins Dorf kommt und alle glatzen so richtig Hass erfüllt. Clint Eastwood hat gerade den Sheriff umgelegt, denkt sich so, geht mir nicht auf den Piss, Leute. Genau, und Rambo, wie gesagt, spricht dann mit ihr, also mit Wanda. Und da kommt halt so ein bisschen raus, dass, dass Rambo sagt, sie wissen gar nicht, was du alles aufgegeben hast, damit sie wieder leben können. Und Wanda fragt sie, hättest du das dann nicht auch getan? Und sie, natürlich, wenn ich die Kraft und die Energie von dir hätte, hätte ich meine Mutter auch wieder zurückgeholt. Also sie hat Verständnis bei, bei Monika, ganz einfach gesagt. Ja, aber sie hat auch Angst, was aus ihr werden kann, weil sie wünscht ihr viel Glück, weil sie weiß jetzt mittlerweile, wenn sie jetzt doch wieder abdriftet, kann es wieder schön eskalieren. Genau, kurz bevor sie wegfliegt, sagt Wanda ja noch, ich will die Kräfte noch lernen und schauen, dass ich sie gebändigt bekomme oder kontrolliert bekomme, genau. Ich finde auch die Art, wie sie fliegt, ist cool gemacht. Darauf sind wir noch nicht eingegangen, dass sie quasi ein fliegender Hexe ist, ohne diesen klassischen Hexenbesen. Hexenbesen, tatsächlich. Trotzdem sieht es irgendwie cool aus und wirkt gar nicht mehr so aufgesetzt, dass sie fliegen kann. Genau. Und sie guckt dann nochmal wehmütig zurück, weil in Westview ist ja doch einiges Emotionales passiert für sie. Richtig, das wollte ich nochmal jetzt noch ansprechen. Das letzte Bild, was man nämlich bevor die Credits anfangen sieht, ist wie Wanda vor diesem Westview-Schild schlägt und zurückblickt, weil sie ja da viel erlebt hat, genau. Gut, und dann kommen wir schon zu den After-Credits-Scenes. Ja. Insgesamt sind es zwei. In der ersten After-Credits-Scenes sehen wir Hayward, wie er verhaftet wird. Also wir sind hier wieder in unserer Stadtmitte, der Ortsmitte. Ja. Und Wu hat das alles so ein bisschen an sich gerissen und kommandiert die Leute rum, dass die Notärzte und Ärzte in die Apotheke sollen und da Leute versorgen sollen und die sollen das machen, jenes und die das, bla bla bla. Ja, und Hayward wird verhaftet und dann kommt eigentlich die, war das nicht die, wo die ganze Zeit mit Hayward mitgefahren ist? Ja. Oder verwechsel ich die? Ja, ja, doch. Ich glaube, das war die, wo die ganze Zeit mit Hayward mitgefahren ist. Also die hat nie einen Ton gesagt, aber die war immer neben Hayward gestanden oder gesessen. Als hätte sie ihn die ganze Zeit bespitzelt, was ich auch als Wahr-Endpunkt, weil, nee, es wird vorher noch gesagt, dass Darcy jetzt nicht beim Abschied dabei ist, weil sie sowas peinlich findet. Ja. Vielleicht hatten sie auch nicht genug Geld für Kat Dennings, außer in Hayward reinzufahren. Durfte diese Folge nix machen, weil ich mal verschwendet finde. Also wirklich. Ich fand den Satz, wo sie sagt, eine Nachbesprechung ist was für Lucien und ich dachte so, hey, danke, was machen wir hier gerade? Vielen Dank. Ja, auf jeden Fall will sie dann, dass Rambo halt mit ins Kino kommt, weil da wichtige Informationen auf sie warten. Und das fand ich wiederum sehr interessant. Weil als nächstes verwandelt sich diese Frau dann in einen Kree und wer Captain Marvel gesehen hat, weiß natürlich, Rambo und die Kree, da gibt es eine Verbindung. Und die Frau sagt dann, dass, was hat sie gesagt? Dass sein alter Freund ihr... Alter Freund ihrer Mutter. Ein alter gemeinsamer Freund. Und sie hat ja keine Starterlaubnis, aber sie werden diesen Freund oben treffen. Ich glaube jetzt nicht, dass es Ben Mendelssohn sein wird, weil der wäre wahrscheinlich auch vor Ort gewesen, sondern dass es tatsächlich Nick Fury in seiner Weltraumbasis ist. Das denke ich nämlich auch. Tatsächlich habe ich mir diesen Punkt aufgeschrieben. Ich habe hier aufgeschrieben Talon, Fragezeichen, wahrscheinlich eher Nick Fury. Ja, es wäre irgendwie sinniger. Ich weiß auch nicht. Talon, der hätte auch direkt vor Ort sein können, da hätte man nicht noch eine Kree zeigen müssen. Richtig. Deswegen habe ich ja geschrieben wahrscheinlich Nick Fury. Und vor allem Nick Fury ist einer in den höheren Positionen. Die Kree, die waren ja immer mehr so an der Seite. Die haben Informationen gesammelt, aber in großen Führungsposten hatte bisher keiner dieser Kree. Ich fand es auf jeden Fall schön, dass man mal wieder einen Kree gesehen hat, weil man eigentlich, man geht ja davon aus, oder man weiß ja, dass Captain Marvel zeitlich vor den ganzen Avengers Filmen und so spielt. Und während den ganzen Avengers Filmen und so hat man ja nie einen Kree gesehen. Also muss ja eine Ewigkeit vergangen sein, also an Zeit, bis hier jetzt mal wieder Krees zu sehen sind. Aber die Tatsache, dass die jetzt über Jahrzehnte da waren und heimlich da seien, in anderen Gestalten rumrennen konnten, lässt vielleicht auch nahelegen, dass vielleicht einer der nächsten Projekte vielleicht auch der Kree-Krieg ist. Und den könnte man auch sehr gut mit den Fantastic Four in Verbindung bringen, weil da ist der ja dann quasi gestartet. Ja, das kann natürlich so ein Sprungbrett werden, dass man damit die Fantastic Four ins MCU eingliedert. Fände ich jetzt gar nicht mal so verkehrt. Wäre auf jeden Fall cool. Und diese Kree-Kriege, da hätte ich auch voll Bock drauf. Vor allem, ich will diese Krees sehen, die in eine Kuh verwandelt wurden und sich dann nicht mehr zurückverwandeln. Gut. Zu der After-Credits-Serie noch was? Nee, nicht zwingend. Dann gehen wir nämlich auf die nächste über, nämlich die After-Credits-Serie Nummer zwei. Wir sehen eine Landschaft, die sich vom Bild her, von den Landschaften, von den Bergen und Flüssen und Seen, mich sehr an Schweden oder so erinnert hat. Ja, wunderschöne Szenerie. Oder Norwegen oder sowas, also richtig schön. Sie macht gerade den Dexter, also schön abseits, damit man ihr nicht irgendwo reinpfuschen kann. Richtig, man sieht so eine richtig schöne Kamerafahrt durch diese Landschaft auf dieser Holzblockhütte, wo Wanda auf der Tresen oder auf den Treppen sitzt und in dem Moment pfeift dann halt der Teekessel und sie läuft rein. Und während sie reinläuft, fährt die Kamera weiter und ich dachte schon, hä, wieso fährt die Kamera jetzt weiter, weil sie ist doch gerade links abgebogen. Geht in den hinteren Raum rein, dreht so leicht rechts und da sieht man dann Scarlet Witch. Ja, wie sie im Darkhold blättert. Wie sie im Darkhold blättert und lernt. Die waren die Stimmen von Tommy und Vision. Genau. Auch noch. Und das ist so... Nach Hilfe rufen, ne? Genau. Ich muss noch dazu sagen. Ich finde, das ist auf jeden Fall ein deutlicher Teaser auf Doctor Strange und das Multiverse, wie heißt der? Multiverse of Madness? Of Madness. Genau. Richtig. Ich denke, das ist eine nette Anspielung auf House of M, natürlich. Ja. So, aber jetzt habe ich mal eine Frage an euch. Hau raus. Wie habt ihr diese Szene für euch gedeutet? Weil warum erschafft Wanda eine Projektion von sich selber, die gerade Tee trinkt und gleichzeitig lernt sie Buch? Wenn sie doch eher allein ist. Ich kann mir vorstellen, das mag jetzt vielleicht sehr weit hergeholt sein, aber ich kann mir vorstellen, dass Wanda in gewisser Weise vielleicht bipolar ist und Scarlet Witch quasi so ein kleines Eigenleben führen kann. Das heißt, dass sie Scarlet Witch ein bisschen abkapseln kann und die andere Dinge macht als Wanda selbst. Genau auf diesen Punkt bin ich auch gekommen. Genau. Und dass sie halt im Darkhold verzweifelt an einer Lösung sucht, wie sie vielleicht die Kreation, in der jetzt prinzipiell ihre Familie weiterlebt, also das Westview, wie sie das mit der realen Welt, ich sage es jetzt beim Namen, der Earth-616 irgendwie kombinieren kann. Mhm. Hey, Agatha hat ja auch gesagt, dadurch, dass sie jetzt diesen Pfad gewählt hat, da kommt sie jetzt schwerer raus. Also das ist anscheinend eine Welt, in der Magie ihren Preis hat. Und bei ihr ist es dann wahrscheinlich so, dass sie davon eine Persönlichkeitsabspaltung bekommen hat, die sie nicht mehr ganz kontrollieren kann. Und deswegen ist es gut, dass sie jetzt erstmal komplett außen vor ist, damit sie nicht wieder eine Stadt komplett kontrolliert und in den Wahnsinn zieht. Weil ich habe jetzt tatsächlich sogar eine Theorie gelesen gehabt, dass das zeigen soll, dass sich Wanda in zwei Persönlichkeiten aufspaltet. Weil die Scarlet Witch immer mehr in diesem Buch liest und immer ihren Schicksal nacheifert, indem sie halt das Buch studiert und immer mehr dieses Wissen über diese böse Kraft, weil dieses Buch ist ja das Buch der Verdammten, dass sich da so praktisch eine Personspaltung ergibt und es dann zwei Wonders gibt sozusagen. Also die eine heißt dann nicht nur Wanda, sondern Scarlet Witch und die andere ist Wanda. Und das würde ja ein bisschen die Bipolaritätsthese begriffen. Entweder das oder das ist eben Multiversumswanda, während sie sich dann diese Hütte zurückgezogen hat, um zu meditieren und einen auf Bruce Banner zu machen, ist das die Wanda aus dem Multiversum, die genau das Gegenteil macht. Sie hat sich ja auch zurückgezogen, aber fängt an zu forschen und zu bohren und stößt vielleicht so einen Riss in das Multiversum, weswegen dann Dr. Strange eingreifen muss. Richtig. Ich hatte bis zu dieser Post-Credit-Szene sogar gedacht, dass sie, also nachdem wir ja die Szene gesehen haben, wo sie in dem Haus so schon fast herzzerreißend mit Vision und ihren Kindern Abschied nimmt, dass sie gar nicht dieses Schicksal jetzt, dass sich das halt nicht bewahrheitet, was Agatha gesagt hat, sondern sie trotzdem eine gute bleibt. Aber nach der Post-Credit-Szene hier dachte ich, oh, vielleicht ist doch was dran, dass sie doch jetzt diesem Schicksal erliegt. Aber auch hier, diese Verbindung zu Hellboy ist lustig und nee, es ist wie er wirklich so, Hellboy kam ja auch aus so einer Höllendimension und so und auch er wurde beschworen, um die Vernichtung herbeizuführen, was bei Wanda auch angeteasert wurde. Und vielleicht ist das jetzt so ihr innerer Konflikt, dass sie dagegen, ne, gegen ihre böse Bestimmung ankämpfen will. Auch das wäre ein interessanter Ansatz mal an diesem Charakter, dass sie jetzt quasi als böse hochbeschworen wurde und sich dieser Bestimmung verweigern will. Hattet ihr nicht auch so ein bisschen den Flair von Evil Dead, als man die Hütte von innen gesehen hat? Ja, bei Waldhütten generell, es gibt ja nicht umsonst den Film The Cabin in the Woods. Ja, genau. Nee, generell, ich stehe auf so Hüttenflair, also. Vor allem und das Multiversum, also Doctor Strange und das Multiversum wird ja von Sam Raimi gedreht, der auch für Evil Dead verantwortlich ist. Richtig, richtig, genau. Darauf wollte ich nämlich genau. Naja, also ich glaube, da ist noch durchaus einiges an Potenzial drin. Richtig. Und man, ich weiß, dass so Multiverse-Sachen in Comics auch gern mal in, ja, zu viel des Guten ausarten können. Und ich hoffe... Ja, regelmäßig sogar. Ja, und ich hoffe einfach, dass man hier die, wie auch bei den Kostümen, dass man hier die schöne Mischung findet. Oder wie Thanos sagen würde, die perfekte Balance behält. Ja, auch sehr schön, ja. Nein, ich hoffe einfach, dass man es nicht verkackt, weil man hat hier wirklich wahnsinnig viel Potenzial. Das stimmt. Was man hier jetzt aber auch sagen muss, das ist ja wirklich ein schmaler Grat, der hier quasi betreten wird. Wir haben hier einen erfahrenen Horrorfilm-Regisseur, der sich jetzt ein bisschen zurücknehmen muss, weil dieses ganze Thema alles, das würde ja wirklich dazu einladen, da ein paar Horrorelemente reinzuballern. Denn Doctor Strange hat nicht umsonst seinen zweiten oder dritten Regisseur. Aber es ist wohl nicht ganz unproblematisch, weil man ja mit Doctor Strange 2 quasi erstmal einen Horrorfilm angeteasert hatte, der es dann doch nicht wurde. Was ich sehr schade finde. Ich auch. Das ist dann so diese Sache, ey, gib diesen Film doch mal ein von DC. Da wüssten wir wenigstens, dass wir die düsteren Seiten ausgespielt bekommen würden. Ich bin da halt immer im Zwiespalt, weil ich weiß, dass Marvel das kann. Das weiß ich auch. Jeder Comic-Fan weiß das. Und es wird einfach nicht konsequent durchgezogen. Und wir sind jetzt in dem Luxus, das muss man sagen, wie es ist. Disney Plus hat eine Jugendschutz-Pin. Macht was draus. Ja. Danke. Da bin ich bei dir, aber sowas von. Ich will das in der Erwachsenen-Version sehen. Elisabeth Olsen ist sicher auch für nichts zu schade in ihren Independent-Dramen. Da zeigt sie ihre Verletzlichkeit auch gerne, indem sie nackt abschlägt. Vor allem sagen wir mal, wie es ist. Klar, ich verstehe total, da sind wir wahrscheinlich alle einer Meinung, dass man es möglichst breit aufstellen möchte. Also viele Leute erreichen möchte. Aber kein Kind mit zwölf Jahren macht ein Disney-Plus-Abo. Das ist wahr. Weißt du, was ich meine? Und trotzdem habe ich anhand von dieser Meldung, dass es einen blutleeren Blade-Film geben wird, gedämpfte Erwartungen. Ich freue mich, sie in dieser Rolle wieder zu sehen und ich will sehen, wie es weitergeht. Trotzdem habe ich, wenn es um Horror-Aspekte im MCU geht, eher so eine gedämpfte Erwartung. Das war ja so ein bisschen meine Hoffnung bei New Mutants, wo sie gesagt haben, das soll ein bisschen dieses Horror-Aspekt gehen. Ja. Was ja leider auch nicht so, es war nichts ganz. Es war wieder so ein Dr. Frankenstein-Hybrid interessant anzusehen. Vor allem, weil du wirklich die Leichenteile siehst, aus dem das Ganze zusammengeschustert wurde. Richtig. Aber es ist halt leider kein guter Film. Ein interessanter Film, aber kein guter Film. Richtig. Wir müssen es jetzt so langsam zum Ende kommen. Wir sind nämlich schon bei fast anderthalb Stunden. Vor allem, Andi hat ja noch gesagt, wir sollen eh noch einen Abschluss-Cast machen. Genau, es gibt noch, das wollte ich jetzt nämlich auch noch anmerken, es gibt noch einen Abschluss-Recap, wo wir die ganze Serie an sich besprechen. Also nicht jede einzelne Folge, sondern wir besprechen das ganze Paket, was uns gut gefallen hat, was uns nicht so gut gefallen hat, worauf wir, also praktisch das, was wir jetzt am Schluss schon in Kurzform gemacht haben, weiten wir ein bisschen aus. René hat ja noch gesagt, er hätte noch eine Theorie, was du noch kurz erwähnen wolltest. Du hattest noch deine Theorie mit YT. Ja, die habe ich schon erklärt. Ach so, gut. Ja, meine Theorie, die ich vorhin angeteasert habe, Punkt 1, ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass wir Agatha wiedersehen werden, weil sonst hätte man sie jetzt nicht leben lassen. Ich weiß nicht, ob es mehr Wunschdenken ist, aber ich kann mir ganz gut vorstellen, dass die Hinweise auf Mephisto in den Commercial Breaks vielleicht in diese Richtung gehen. Dass Agatha irgendwie, ich weiß noch nicht wie, aber dass sie irgendwie an einer, ja, an Rache orientiert ist und vielleicht irgendwie es schafft, Mephisto zu beschwirken. Mephisto wurde auch schon im Loki-Trailer angeteasert. Vielleicht wird ja Mephisto nach Thanos wirklich der große Oberböse, falls Wunder nicht komplett wahnsinnig wird. Genau, weil dann ist auch, und das habe ich in der letzten Folge, wo ich als Gast dabei war, auch schon gesagt, dann ist der Ghost Rider wieder im Rennen. Ja, da hast du gesagt, richtig. Ich will den Ghost Rider. Gerne auch wieder von Nicolas Cage gespielt, aber diesmal mit einem besseren Script. Ja, vergessen wir bitte Spirits of Vengeance. Was, es gab einen zweiten Teil, davon weiß ich gar nichts. Ja, richtig. Da fand ich zumindest die Feuerpisser-Stelle ganz lustig. Ich kenne auch nur die Indiana Jones-Triologie. Ich wusste nicht, dass es da einen vierten Teil gibt. Ja, sehr lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, dass Agatha und Mephisto noch irgendeinen Zusammenhang haben. Ja, das vermute ich fast auch. So, gut, wir kommen jetzt, wir müssen wirklich zum Ende kommen, Jungs. Bewertung und Fazit. Andersrum, Fazit und Bewertung. Ich würde sagen, Gast fängt immer an und wir vergeben wie immer eins bis fünf. Und ich würde sagen, in dem Fall vergeben wir Wanda-Kronen. Gut, Fazit zum Serienfinale, wie die Folge so schön heißt. Ja, bisschen im Zwiespalt. Ich würde gerne fünf von fünf geben. Ich würde mich aber irgendwo auf vier von fünf einpendeln, weil eigentlich fand ich die Folge stark, aber, um mal auf das ursprüngliche Thema zurückzukommen, vom Anfang, das aber, dieser Schwanzwitz hat's voll versaut. Ich nehme den Scheiß persönlich, das macht man nicht, man macht das nicht. Und damit eingenommen, so viel verschenktes Potenzial mit Quicksilver, das ist einfach nur wahnsinnig schade. Trotzdem, als Folge an sich, ich fand sie sehr stark, tolle Szenen, wie wir schon gesagt haben, die Abschlussszene, unglaublich emotional, versprüht so viel Hoffnung und Liebe. Also, eine der schönsten Szenen des gesamten MCU bisher. Die Effekte, beziehungsweise die Atmosphäre in den Kämpfen und die, ja doch, die Choreografien, fand ich echt schön anzusehen. Das waren Szenen, die sich teilweise relativ gut ausgefaltet haben, auch wenn das Schnittgewitter ein bisschen omnipräsent war. Ich fand auch, in dieser Folge, das HDR ist mal richtig schön zum Einsatz gekommen, dank dem Hex und der allgemeinen Atmosphäre mit den Wolken. Und so, und insgesamt ein sehr schöner Abschluss für die Serie. Allerdings habe ich in den letzten Folgen ein bisschen das Sitcom-Element vermisst. Liegt vielleicht daran, weil ich ein riesen Sitcom-Fan bin. Ich finde, das hätte man so winzig klein noch irgendwie einschieben können, damit man der Linie treu bleibt. Aber insgesamt finde ich WandaVision eine sehr gelungene Serie. Es wird leider, ja, gar nichts aus den tollen Theorien gemacht, die wir uns, ja, ausgedacht haben. Da wäre mehr drin gewesen. Aber schöne Serie, durchaus auch für Nicht-Comic-Fans zu empfehlen. Allerdings finde ich, da muss man sich da ein bisschen reinlesen. Patrick? Ja, ich bin auch wieder sehr zwiegespalten. Auf der einen Seite denke ich, wir haben hier tatsächlich viel Promo betrieben mit diesen ganzen Theorien, Theorien, die dann teilweise einfach mit einem Schwanzwitz abgefrühstückt wurden. Danke dafür. Und ich finde generell, das Thema von der Serie ist ein sehr erwachsenes Thema. Also Trauerbewältigung. Wenn mir jemand gesagt hätte, dass ich jetzt hier sitze und über eine Serie rede, in der eine junge Hexe Trauerbewältigung betreibt. Ich hätte erst mal schief geguckt und trotzdem war das Ganze vom Thema her nett gemacht. Man hat viel Potenzial links liegen lassen und auch viele Anspielungen oder viele Möglichkeiten hat man verpasst, geschickt einzuführen. Es wurde ja wirklich viel, viel angeteasert und trotzdem fühle ich mich so, als hätten wir jetzt sieben Bände Harry Potter durchgepockt und jetzt kommt auf einmal nach sieben Büchern. Du bist übrigens dein Zauberer. Hm, auch so ein bisschen zwiespältig, auch wenn ich den Weg dahin interessant fand. Ja, ich bin gespannt, was mit Wonder passiert, aber ich hoffe auch, dass es einen erwachseneren, blutherrieren Weg vielleicht gehen wird. Oder ein exzessiveren. Was? Ein exzessiveren auf jeden Fall. Oh ja. Aber ja, wegen der Enttäuschung gebe ich diesen Finale 3,5 Wonder-Kronen. Mehr ist da durch das Schnittgewitter und so nicht drin, auch wenn das wirklich schöne emotionale Momente waren, die man hier ausgespielt hat. Ja, tatsächlich bin ich bei euch beiden irgendwie. Also ich finde, dass, ja, die Serie an sich ist schön, aber ich muss ja jetzt die Folge an sich bewerten. Und es war actionreich, es war informativ, war es auch. Auch der Reveal von dem neuen Kostüm fand ich alles schön und auch diese emotionalen Momente fand ich sehr schön. Im Gegensatz zu der Folge davor, wo eigentlich nur ein Erklärbär-Folge war, war die Folge jetzt wieder richtig, ja, ist so, war die Folge jetzt wieder richtig schön gemacht. Ich bin aber bei 4, bin ich nicht. Es tut mir leid, René, ich habe bei der letzten Folge, habe ich 2,5 gegeben. Da habe ich schon ein Uhu erhalten. Aber bei 4 bin ich hier jetzt nicht. Ich bin auch bei 3,5 Wonder-Kronen. Ach, Kronen, das ist doch fast die 4. Ja, eben fast die 4, genau. Gut, dann sind wir damit durch. Und wieder sind wir alle quasi unserem Charakter treu, wie ich es vorhin schon gesagt habe. Ja, richtig. Stimmt. Genau, also wenn jetzt keiner mehr was zum Anmerken hat oder noch was sagen will zu der Folge, dann würde ich das Ganze beenden. Seid ihr d'accord? Ja. Danke fürs lange Zuhören, Leute. Genau, diesmal war es echt lang. Ja, ich bedanke mich auf jeden Fall bei dir, René, dass du wieder dabei warst als Gast. Sehr, sehr gerne. Nichts lieber als das. Patrick, bei dir bedanke ich mich, dass du mit mir die ganze Serie als Recap gemacht hast. Gerne. Und wir haben ja noch eine Folge, wo wir über die ganze Serie sprechen. Ich freue mich aber auch schon auf Falcon and the Winter Soldier, die wir zwei wieder zusammen bewältigen. Oh, da freue ich mich auch schon. Hab da jetzt schon Spaß. Also ich bin da richtig jetzt schon euphorisch drauf. Nicht nur du. Die zu besprechen. Ich bin auch dankbar, dass wir durch diese Recaps erstmal quasi so der Standpunkt für Marvel sind. Also auch dafür bin ich dankbar. Deswegen finde ich es auch cool, dass wir diese Reise da gegangen sind, auch wenn da immer wieder so ein paar genervte Stolpersteine waren von Seiten der Drehbücher. Richtig. Also auch einen großen Dank noch an den Chef, dass er uns das alles anvertraut hat und uns da volles Vertrauen geschenkt hat. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank den Zuhörern natürlich, dass ihr immer dabei wart und uns zugehört habt. Auch vielen Dank. Wir hoffen natürlich, dass ihr auch wieder bei Falcon and the Winter Soldier bei uns seid. Und ich möchte euch jetzt noch auf die Shownotes. Das kommt jetzt ein bisschen blöd, finde ich. Aber ich muss darauf hinweisen, dass in unseren Shownotes ein PayPal-Link und ein Buy Me A Coffee Link ist. Natürlich haben wir auch Affility-Links. Die könnt ihr benutzen und uns eine kleine Spende zukommen lassen. Die kommt uns natürlich zugute, weil wir sind ein Podcast, der sich selbst finanzieren muss. Und alles, was da reinkommt, hilft uns natürlich. Und dadurch können wir auch solche Projekte wie das natürlich auch verwirklichen. Von daher würde ich da um eine kleine Spende doch gerne bitten. In diesem Sinne bleibt mir jetzt eigentlich nur noch Tschüss zu sagen. Vielen, vielen Dank und bis die Tage. Patrick, ich gebe dir zum Schluss das Wort noch. Excelsior. Auf Wiedersehen. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Tele-Stammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.